Willkommen zum nächsten Windeltest. Welche Marke wurde auf meinem Kanal in letzter Zeit vernachlässigt? Richtig, Tukables. Das ändern wir und schauen uns daher in diesem Video die TaikaBus Overnights an. Sie ist eine Neuauflage mit dem für Tukables mittlerweile typischen Breitenschnitt. Die originalen Overnights mit normalen Schnitt gibt es schon länger. Leider macht der Hersteller die Versionen nicht im Namen erkenntlich, sodass sie sich nicht so leicht auseinanderhalten lassen. Die Packung ist bunt bedruckt, dieser Trend besteht seit einigen Monaten und wird hier auch übernommen. Ungewöhnlich, vorne hat die Packung ein durchsichtiges Sichtfenster, durch das man die erste Windel fast vollständig sehen kann. Das habe ich bei anderen noch nicht gesehen. Die Windel ist mit Bärchen in verschiedenen Farben und teilweise auch Outfits bedruckt. Das erinnert etwas an die Gummibären. Bedruckt ist sie auf der gesamten Fläche ähnlich wie vorne. Im Hintergrund der Motive sind gelbe Sterne zu sehen. Sie heben sich etwas vom Motiv ab und das ist gewollt. Sie sind nämlich ein kreativ integrierter Nässeindikator. Bei ABDL-Windeln ist das eher unüblich. In letzter Zeit sehe ich ein paar, die das ändern möchten. Manche machen einen simplen Streifen, wie bei den medizinischen. Schöner finde ich es, wenn er in das Motiv integriert wird, wie bei dieser Windel. Grundsätzlich kann man natürlich darüber streiten, ob das überhaupt nötig ist. Die meisten von euch werden selbst wahrscheinlich besser selbst merken, wann ein Wechsel fällig ist, ohne solcher Hilfsmittel. Tückables setzt ausschließlich auf Klettverschluss. Das funktioniert wie gewohnt. Hier ist mir nichts aufgefallen, weder positiv noch negativ. Der breite Schnitt macht sich bereits beim Anlegen bemerkbar. Man spürt deutlich, dass sich einiges an Saugmaterial zwischen den Beinen befindet. Trotzdem fühlt sie sich angenehm an und passt sich zudem gut an den eigenen Körper an. Ein Blick auf die Waage bestätigt das, mit 234 Gramm Leergewicht liegt sie deutlich über dem Durchschnitt anderer Windeln. Bei den medizinischen sowieso, aber auch nicht jede ABDL-Windel enthält so viel Material. Für den ersten Platz reicht es allerdings nicht, ein paar sind noch etwas dicker, wie beispielsweise die Little Rascals oder Tiny Tails. Beide hatte ich bereits im Praxistest. Besonders angenehm finde ich das Außenmaterial. Tückables setzt auf Folie, wie es bei den meisten ABDL-Windeln üblich ist. Allerdings ist Folie nicht gleich Folie, es gibt verschiedene Arten. Beispielsweise unterscheiden sie sich in der Dicke und im Gefühl auf der Haut. Die Tigerbuss Overnights hat eine relativ stabile Folie, die sich besonders weich anfühlt. Wohl durch diese weiche Folie ist die Windel schön locker. Selbst die ersten aus einer neuen Packung müssen weder geknetet noch gefaltet werden, sie passen sich sofort an den Körper an und sind nicht starr, wie beispielsweise die Krinkels. Wobei das natürlich eine ganz andere Preisklasse ist. Die Overnights kosten derzeit 28,90 Euro für eine Zehnerpackung, das macht 2,89 Euro pro einzelner Windel. Im Vergleich mit anderen ist das ein gutes Mittelfeld, viele ABDL-Windeln liegen zwischen 2 und 3 Euro pro Stück. Interessant wird das im Vergleich zur Saugleistung. Im Praxistest hat die Windel bei mehreren Messungen ein maximales Gewicht von über 2,3 kg erreicht. Die Sterne sind überall verschwunden, wo die Windel nass geworden ist. Ein gutes Ergebnis auf dem Niveau von beispielsweise der Eniutinimus und nur wenig schlechter als die Little Rascals V2. Das kann sich sehen lassen. Preislich ist der Abstand zur Little Rascals überschaubar, sie ist 20 Cent pro Windel günstiger. Bei der Tinnimus sieht das schon anders aus, da sie die 3-Euro-Marke knackt und somit 20 Cent mehr als die Overnights kostet. Im Vergleich zur Little Rascals V2 ist die Tinnimus sogar 40 Cent je Windel teurer. Oder anders gesagt, die Tückables aus diesem Praxistest befindet sich im Mittelfeld dazwischen. Solche kleineren Unterschiede sind normal und können manchmal durch Rabatte auch ausgeglichen werden. Preislich befindet sich Tückables wenige Cent über dem Durchschnitt und damit noch in einem akzeptablen Bereich. Zumal das Gebot nämlich nicht enttäuscht hat, sie sitzt gut und ist nicht zuletzt durch die angenehm weiche Außenfolie bequem, sowohl beim Anziehen als auch Tragen. Die Saugleistung ist ordentlich, höher als der Durchschnitt. Bei mir hält die Windel locker einen halben Tag, an dem ordentlich getrunken wird. Solche pauschalen Angaben sind natürlich immer schwierig, weil sie bei jedem anders sind, schon alleine durch die unterschiedliche Menge an Flüssigkeit. Aber es gibt ein Gefühl, dass wir es nicht mit einer 0815 medizinischen Windel zu tun haben, die nach wenigen Stunden bereits randvoll ist und mit Auslaufen anfängt. Sondern mit einer dicken ABDL-Windel, die man deutlich spürt und einem Sicherheit gibt, dass sie auch bei großen Mengen an Urin nicht ausläuft, sondern alles sicher aufnehmen kann. Wem das noch nicht reicht, der kann zusätzliche Saugpolster reinlegen, dafür hat sie durch den hohen Auslaufschutz genügend Platz. Das ist bei ABDL-Windeln Standard, ich habe noch keine ohne gesehen. Lediglich bei rein medizinischen Produkten ist das nicht selbstverständlich. Der einzige Kritikpunkt, den ich habe, Klettverschluss finde ich nicht so praktisch wie Plastik, da sich die Windel damit schwieriger verschließen lässt. Hier ist man bei Tycables leider an der falschen Adresse, da sie bei allen Windeln auf Klett setzen, nur die Schwestermarke NRU weicht davon ab. Andere mögen das vielleicht als Vorteil sehen, weil Klett dafür unempfindlich gegen schmutzigere Hände und insbesondere Öl oder auch Creme ist. Da es nur um die Entsorgung geht, ist Klett ein Kompromiss, mit dem ich gelegentlich leben kann. Abgesehen davon hat mich die Overnights überzeugt und ist aus meiner Sicht eine Empfehlung wert. Die Optik bleibt wie immer Geschmackssache. Wie gefällt dir die Windel? Hattest du sie schon? Schreibe es gerne in die Kommentare oder komme in meine WhatsApp-Gruppe und tausche dich mit anderen Windelnträgern aus. Die Links zur Vorgruppe findest du in der Beschreibung unten und im ersten Kommentar, falls du schreiben möchtest. Bleib trocken, bis zum nächsten Video. Bleib trocken, bis zum nächsten Video.